Ich krieg's mich nicht mehr! Oh Gott! Warte doch noch eine halbe Stunde! Abartig! Das ist, das ist auch noch nicht für mich! Der Hubschrauberkennst! Das ist umso ärgerlicher! Ja gut, mir ist halt den Platz ausgegangen. Ich hab jetzt nichts geflogen, was ich nicht kann, wo er kaputt ging. Bist du ja ein Ding, wenn er einfach nach oben zieht, wie die weltische Sonne kollidiert ist? Nein! Das gilt aber glaube ich nicht für die Halle. Nein! Oh!